Ich bin Thies Clemens und seit September 2017 als Country Managing Director der Kasse East Bank Deutschland im Kredit-Akikol-Konzern tätig. Die Kasse East Deutschland ist in München beheimatet. Dort lebe ich auch privat zusammen mit meiner Frau und unseren zwei Kindern. Die Kasse East Bank Deutschland zusammen mit der Kasse East Fund Services in Frankfurt bietet ein breites Spektrum von Produkten an im Bereich Custody, Asset Servicing und Transaction Banking. Im Bereich Transaction Banking für Broker und Dealer sind wir mit einem Marktanteil von 60% Marktführer. Als Verwahrstelle für offene Fonds im Alternative-Bereich sind wir bei den führenden Dreien. Bei geschlossenen Fonds sind wir ebenfalls Marktführer. In der Kredit-Akikol herrscht eine sehr gute dynamische Atmosphäre. Wir haben wenig Bürokratie, treffen Entscheidungen schnell. Wir wissen, was wir tun und es macht insgesamt sehr viel Spaß, mit den Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten. Wir wissen, was wir tun, was wir tun, was wir tun.